Der HSV 12 Axing ist grundsätzlich Stammgast im EM-Finale der lateinamerikanischen Tänze, schaffte es aber bislang noch nie aufs Podest. Dieses Jahr zeigten die Tänzerinnen und Tänzer, dass sie europaweit zu den Besten gehören. Es sind Bilder, die die Herzen aller Tanzsportfans höher schlagen lassen. Für die Tanz-Europameisterschaft der Lateinformationen hatte sich der HSV 12 Axing viel vorgenommen. Gehörte man doch vor heimischer Kulisse im schwächerten Multiversum zu den großen Favoriten. Eine Medaille sollte es werden, die silberne ist es geworden, mit weniger als zwei Wertungspunkten Rückstand. Mit ihrer Choreografie namens One Chance konnten die Tänzerinnen und Tänzer diese tatsächlich nutzen und weil es so schön war, gibt es sie in den kommenden Minuten nochmals in voller Länge zu sehen und zu genießen. Das Team aus Österreich HSV 12 Axing A Team Ich hab noch nicht geschafft! Ich habe schon gut gesehen. Ich kann den so schnell fest, dass sie einfachги und sie stärken competen lassen können. Ich kann doch... Das war's. Musik 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh You know it ain't me because you can't see it, can you believe somebody, you can't believe. Oh is that right? Ich will, ich will be après. Ich will, ich will. Ich will, ich will. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.